Da werden dann schnell Wesen entstehen, die tausendmal intelligenter sind als wir. Das sind religiöse Spinner, das sind Fundamentalisten. Es darf eben auf keinen Fall passieren, dass Menschen zum Opfer von Wahrscheinlichkeiten werden. Wenn wir die Algorithmen des Gehirns verstehen, können wir das auf Hardware oder andere Hardware machen? Wir haben Silikon-Hardware. Ich weiß, es ist tatsächlich ein utopisch, eine klassenbroch-staatenfreie Gesellschaft zu etablieren. Aber es ist eine schöne Utopie. Let's do something truly crazy. Ich bin soweit. Guten Tag, ich bin Katrin Grönicke. Und ich bin Merlin Münch. Und das hier ist Blaupause, die Sendung über gelebte Utopien. Hier treffen wir Menschen, die an einer radikal anderen Zukunft basteln. Let's do something truly crazy. Pulveresser, Tiefgefrorene, Freilerner, Geldverweigerer, Transhumanisten, Knastbrüder, Cyborg und Selbstoptimierer. Was treibt sie an? Was macht ihnen Angst? Was macht ihnen Hoffnung? Und wie viel von ihrer Utopie steckt auch in uns? Und wie viel Dystopie? Es gibt immer mehr als eine Zukunft. Und wir wollen sie alle kennenlernen. Nur als Youtube, wie viel Budweck in uns? Und wie viel Ty da war? Gud, ich bin echt ein You. reminds Jesu viele Tage. toggle Tenチャンネル und ich zeigt uns associates im Weist. 可以 tó Berlin Segen vor zu ��� e auch di